Yo, hallo zusammen, willkommen zurück zu Minecraft Rise. Weiter geht's mit meinem wunderschönen Häuschen. Nicht zu vergessen, Livestream immer Sonntagabend, 19 Uhr, könnt ihr hier live dabei sein, wie hier gebaut wird. Und das Krasse am Livestream ist, ihr könnt nicht vorschwulen. Das, was ihr hier könnt, also wenn ihr das Gequatsche nicht sehen wollt und direkt den Abspann sehen wollt, könnt ihr natürlich direkt auf Minute 15, 30, ne, keine Ahnung, wie lang der Part wird. Aber egal, zumindest hab ich jetzt hier mal angefangen, die Rückseite mal fertig zu bauen, weil ihr habt ja gesehen, das war alles ein bisschen knapp gewesen. Und hab jetzt mal hier alles angeglichen, damit's halt so weit so schön aussieht. Dann geht hier der Weg wieder runter, dann hab ich hier das bisschen Sand entfernt, was hier überstand. Und, äh, ja, die Bahn bleibt natürlich nicht so, die wird natürlich noch ein bisschen verändert, geupdatet, ein bisschen neumodischer gemacht, mit Railcraft, versteht sich. Dazu spät aber, oh, hier fehlt noch. Da fehlt noch was! Hab ich voll verperst, voll vergessen, auf jeden Fall. So, hier ist dann eine normale Tür drin, also eine normale Eingang, eine Tür ist dann noch nicht drin. Und hier sieht das dann so aus. Äh, genau, hier geht's dann hier hoch, man muss natürlich noch ein bisschen, äh, klettern. Dann ist hier noch ein Raum. Dann geht es hier runter, durch den Tunnel rüber. Dann hier kennt man ja, mit der Schmiede, die da so abqualmt und nur ein paar Partikel nach oben gehen. Äh, das haben wir so weit? Genau, ne, warte mal. Oh, das muss auch noch zu, man kommt ja da durch rein, okay. Und dann kann man hier reingehen und ist dann quasi hier in einem Schmiederaum. Hier oben geht die Bahn noch vorbei, was ich übrigens sehr, sehr geil finde, so an der Position, weil man kann hier auch nochmal Glas hinmachen, das ist genau Verhör von dem Glas, und hat dann da quasi die Schiene entlang fahren. Super geil. So, jetzt würde ich, ähm, viele haben gesagt, äh, bauen wir nicht so viel. Ich meine, man baut eigentlich immer die ganze Zeit. Wir wollen mal wieder was Technisches sehen. Kann ich verstehen, machen wir diesmal auch. Und zwar geht es jetzt erstmal ans Kabel vorlegen. Und, äh, das Ding wird angeschlossen. Der Lava-Fabrikator soll halt nur Lava machen, wenn man es benötigt. Ich möchte jetzt quasi langsam von dem Punkt weg, wo alle Maschinen gleichzeitig durchlaufen, immer die ganze Zeit, sondern nur dann laufen, wenn man sie haben möchte, oder wenn man sie explizit anmacht. Ist beides dasselbe gewesen. Okay. Zuallererst müssen wir jetzt mal gucken, wo wir hier überhaupt einen Anschluss haben in unserem, in unserer Hood. Und ich wäre schon fast bereit zu sagen, dass da irgendwo ein Kabel entlang läuft. Da, da ist Strom und ein E-Kabel. Und das könnte man theoretisch durch diese Wand ziehen. Mir fällt gerade auf, fällt mir aber früher auf, meine ganzen Bilder aus dem eigentlichen Update. Die sind ja gar nicht da. Hier waren so Wappen. Das ist mir bestimmt schon mal aufgefallen, oder? Egal. Oh Mann, ich kann das nicht kaputt, und, oh. So. Ich müsste jetzt nur mal gucken, wie wir das am saubersten hier durchkriegen. Hallo. Lol. Achso, da oben. Ich dachte schon, was war das denn für ein Geräusch. Und ich dachte schon so, alter, krass, Mann. Und ich muss natürlich jetzt überlegen, wo kommen die Kabel denn hin, wo es am effektivsten ist, wo man die halt gut verstecken kann, ohne dass die jetzt irgendwann wieder stören. Und ich wäre schon fast bereit zu sagen, dass die einfach in die Außenwand hier kommen. Und zwar unter die Außenwand. Bäm, Alter. Holz weg. Hä? Hier ist ja noch ein Gang. Hier sind überall Gänge, Mann. Also wir bauen hier drin auch, ich... Och Mann, ey. Wir bauen hier drin, denke ich mal, wieder im Lifestyle noch ein bisschen mehr um. Also dann geht es quasi ans... Ans Optische. Und jetzt geht es an den anderen... Alter, ist die Pickaxe groß in meiner Hand, Digga. So, wir brauchen... Was brauchen wir? Wir brauchen Conduits. Und... Ich habe den Skate schon gefragt. Das ist nämlich der... Äh, wie nennt er sich? Äh... Blood... Magic. Genau, Blood Magic Pro. So heißt der. Nein, das ist der. Der hat sich sehr, sehr hardcore mit der Mod... Oder ja doch, mit der Mod auseinandergesetzt. Und ich dachte mir mal, ich nehme ihn mal mit rein. Um da so ein bisschen Blood Magic zu machen. Ich meine, klar. Am Anfang werde ich mich so ein bisschen selber damit befassen. Dann sollte ich auch... Also die Basics solltet ihr auf jeden Fall hinkriegen. Der Blutaltar. Dann das erste Ding, da, was man da baut. Und andere Dinge. Also da sollte zumindest gehen. Ihr seht schon, ich habe voll die Ahnung. Und dann später wollte ich ihn dann quasi mit dazu holen. Germ Let's Play wird wahrscheinlich auch nochmal mitmachen. Er, ähm... War ja gestern? Vorgestern? Egal, der war irgendwann mal bei mir. Und hat dann auch gesagt... Alter, du musst ja schon voll weit sein jetzt. Weil der, ähm... Ist bestimmt schon 20 Parts her, dass er mal wieder hier war. Oder keine Ahnung wie weit. Müsst ihr mal gucken. Schaut mal rein. Wäre auf jeden Fall interessant. Warte mal, da geht das Kabel durch, Kabel durch, Kabel durch. Hier die Höhe ist gut. Dann lassen wir einen runter gehen. Wo, warte mal. Hier einen runter wäre sowieso besser, ne? Oh, Manno. Das wird sowieso noch komisch, ey. Warte mal, hä? Wie machen wir das denn am besten? So. Und hier ist aber die Fensterscheibe auf der... Ja, man muss gucken, wie man das macht. Ist auch ein bisschen konfus hier. Vielleicht gehe ich dann doch nochmal ein tiefer mit dem Kabel. Und ich muss sagen, hier ging, glaube ich, sowieso was durch. Weil ich habe hier auch so einen Wasserkanal zugemacht. Ich glaube, hier war der... Ich hatte ja quasi alle meine Farben in Vanilla quasi hier reingeführt. War damals eigentlich in Minecraft Vanilla eine richtig gute Leistung, wenn man so möchte. Weil es war da ja noch nicht so krass verbreitet und nicht jeder hatte Minecraft und doch jeder hatte Minecraft, aber keiner hatte Ahnung. Und so weiter und so fort. Und jetzt hat jeder Minecraft und... Ja, eigentlich hat er immer noch keine Ahnung. Also hat sich nicht viel getan. So, dann gehen wir hier mal... Ach, guck mal, hier ist doppelter Holzboden. Was ich hier für eine Scheiße gebaut habe früher, ne? Oh, oh, hallo. Da meine ich, da sind die Türen, da auch. Hier sind überall Türen. Oh, lol, jetzt bin ich über der Tür. Och, Mann, ey. Okay, wir fahren mal rüber mit dem Strom. Also die Kabelverlegung wird im Haus natürlich auch noch geil. Im Großen und Ganzen hätte man sich vielleicht vorher Gedanken darüber machen müssen, wo man was hinlegt und wo was entlangläuft. Aber das wäre, glaube ich, zu viel des Guten. Man will ja auch noch ein bisschen spontan sein und ein bisschen spontan planen können. Und jetzt müssen wir halt erstmal gucken, dass wir diese beiden Kabel da rüber bekommen. So, Kabel bist du hier hingelegt. Also von da hinten bis hier vorne. Und ich habe mir auch noch ein Crafting-Terminal gebastelt, um das hier reinzulegen. Zudem habe ich noch ein paar Kabel in der Tasche, damit ich das hier reinlegen kann, weil die sind jetzt langsam am Ende. Und davon brauche ich auf jeden Fall wieder welche. So, Kabel geht jetzt von hier oben. Geht es dann halt hier runter. Geht dann unter der Wand durch. Da ist schon mal falsch, weil da kann ich es nicht verstecken. Geht dann da entlang. Und kommt dann hier raus. So. Und dann haben wir quasi wieder unser Crafting-Terminal. Genau wie hier oben. Also das habe ich gerade auch fresh gebaut. So in dem Tisch drin. Weil das finde ich mittlerweile irgendwie cool, dass man quasi so zu dem Tisch geht, nach unten gucken muss und da dann baut. Weil im Großen und Ganzen ist ein Crafting-Terminal genauso. Man guckt ja halt immer runter. Geht hier nur und guckt runter. Anstatt in die Wand. Das ist natürlich ein Terminal. Da könnte man das theoretisch auch in die Wand machen. Aber so ist eigentlich ganz cool. So, jetzt brauchen wir noch die Lava. Da würde ich fast schon sagen, dann mache ich an der Wand irgendwie einmal das Control-Panel und den Hebel vielleicht. So, Strom liegt jetzt schon mal bis hier. Habe ich unter der Treppe hinlang geführt. Dann habe ich hier nochmal eben das Kabel ein Stückchen verlängert. Jetzt habe ich nur noch einen. Okay, aber den brauchen wir hier eh nicht mehr. So, jetzt geht es von... Gute Frage. Ich würde sagen, von hier geht es dann runter und geht dann Richtung des Gerätes, was da hinten steht. Da müssen wir allerdings, wie gesagt, gleich noch ein paar Blöcke lackieren. Warte, gehen wir auch mal lieber hier rum. Damit wir hier diese Kabel wieder wunderschön verstecken können. So. Und wir gehen dran. So, da haben wir das schon mal. Jetzt müssen wir den nur noch einstellen auf... Können wir nicht einstellen? Warum denn nicht? Oh Mann, oh, kann man das nicht einstellen? Doch, kann man bestimmt einstellen, oder? Ist bestimmt automatisch mit Redstone gedünst dran. Also wenn da ein Signal drauf ist, macht der wahrscheinlich nichts. Müssen wir mal ausprobieren. So. Aber zuallererst machen wir das wieder ab. Nein, das war falsch, Mann. Wir müssen einfach mal rechts klicken. Pass auf. Und dann wahrscheinlich irgendwann in naher Zukunft werde ich dann mit Botania noch weitermachen. Und da wollte ich ja dann, wie gesagt, Zombie Mordado fragen. Aber das kommt, wie gesagt, alles nach und nach. Weil das ist hier wirklich extrem viel. Also ohne Witz. Das ist echt viel, was hier umgebaut wird. Und ihr seht ja selber, wie groß das Haus ist. Wie viele Modifikationen hier drin sind. Und deswegen ist das wahrscheinlich nicht so mal eben gemacht. Oh, lol. Wir haben keine Conduit-Fassaden mehr. Wir könnten aber mal eben ein paar umbauen. Wenn wir jetzt... Wir können unsere Maschine oben mal benutzen. Das ist geil. Man nimmt jetzt einfach mal... Warte mal. Painting with Laboratory Blocks. Cobblestone. Ich nehme jetzt einfach mal andere, weil ich möchte nicht irgendwann so viele, eine Million verschiedene Conduits im System haben. Und hier habe ich auch schon überlegt, ob man hier unten, wenn die Halle gemacht wird, nicht irgendwie einen Fahrstuhl macht, der hier hoch geht. Anstelle diese Treppen. Ich meine, sie sind zwar cool. Sieht zwar geil aus. Aber wenn man so reinkommt ins Haus und da ein geiler Glasfahrstuhl ist, denke ich mal, ist es auch nicht gerade ohne. Wir brauchen nämlich diese Dinger und jetzt packen wir mal die Sachen hier ins... Einfach mal in dieser Truhe rein. Sollte zumindest funktionieren. Und deswegen habe ich quasi diese Glaskisten da hingebaut, diese Crystal Chests, damit man sieht... Ah, guck mal, da sind noch welche drin. Das passiert gerade eben. Das ist eigentlich ganz gut. Da ist auch so ein 8-fach Octetic Capacitator drin. Quasi so ein 8-fach, der alles so ein bisschen verschleunigt. Beschleunigt, hör mal. Und ich muss, wie gesagt, mal langsam meine Müllfabrik mal fertig machen. Also wo quasi der ganze Müll aussortiert wird. Weil ich habe zum Beispiel 800.000 Sticks im System. Durch tote Hexen. Dann muss ich noch was einbauen, damit ich wieder, ähm... Wie heißt das? Wither-Köpfe bekommen, weil das funktioniert in der Version nicht mehr. Oh! Hui! Jetzt ist Strom da. Ah, genau. Jetzt ist... Ah, jetzt ist auf idle. Sehr gut. Das heißt, so ist der aus. So ist der aus. Ist auch eigentlich richtig. Weil, wenn ihr euch mal überlegt, wenn zum Beispiel so eine riesige Sicherung an der Wand hängt, oder so ein riesiger Hebel, dann möchte man ja, dass er durch die Schwerkraft sich nicht anschaltet, sondern eher ausschaltet. Und deswegen macht man einen meistens immer nach oben. Also diese riesigen Hebel, die es früher gab. Mittlerweile ist ja alles anders. So, dann verlegen wir mal eben die Dinger. Ich hoffe, das geht so. Aber da hinten rein. Gibt es eigentlich auch ein Werkzeug, wo man immer nachmessen kann, wie viel in den einzelnen Leitungen drin ist. Das wäre echt mal interessant. Jetzt haltet euch fest. Äh, vollkommen... Äh, lol. Okay, haltet euch nicht fest. Gut. Strom ist dran. Strom ist auch voll. Jetzt kann ich im Grunde das hier mal zumachen, komplett. Und dann... Wenn ich da mal drankomme, ey. Dankeschön. Aber man sieht, der hat Strom. Der leuchtet auch wie Lava. Aber mir fällt gerade ein, ich glaube, ich kann da nichts hochpumpen. Weil da kein Redstone-Motor dran ist. Müssen wir da mal gucken. So, dann machen wir den da dran. Muss... Ne, warte mal. Der musste dann nicht dran. Der kann weg. Zerstört! Kann, glaube ich, Erde rein. Da kommt jetzt Erde dran. Dann war hier der... Ne, warte mal. Hier war auch so ein Block, ne? Kann das sein? Was ist denn da los? Also, das muss hier so gemacht werden. Totaler Fehler drin. Passt auf, so. Hm, hm, hm. Und? Äh. Hm. Okay, die Beleuchtung von den Dingern ist ein bisschen mangelhaft, wenn ich ehrlich bin. Also, die Lichtverhältnisse. Aber ich glaube, die kann man auch noch ein bisschen einstellen, wenn man zum Beispiel Optifine drauf hat. Ne, bringt das mal nix. Dann sollte das sich aber irgendwie noch geben. Aber geht trotzdem. Soll mal gucken. Warte, wir machen mal Lava. Ist da Lava jetzt eigentlich drin? Ne, Lava ist empty. Achtung. Lol, es ist ja weiß. Oh, Mann, oh. Warum habe ich das in der Hand gehabt? Wird wahrscheinlich rot werden oder so. Keine Ahnung. Ich bin sehr gespannt, ob der die Lava jetzt da rausdrückt. Oder was ist da passiert, Mann? Ich glaube nämlich nix passiert da. Doch. Oh, mein Gott. Oh, Herr, oh. Da. Oh. Also habt ihr gesehen? Die Lava drückt sich durch diesen Kanal durch. Und es macht alles voll. Also wir könnten jetzt vielleicht einmal volllaufen lassen. Und der Lava-Fabrikator läuft nicht die ganze Zeit. Das ist quasi das, was ich haben möchte. So, das ist schon mal wundervoll. Dann kann man hier noch, äh, diese Blöcke reinbauen. Dann kann man hier vielleicht noch ein bisschen Erde reinsetzen. Ich mag es auch ehrlich gesagt nicht, wenn irgendwo so Lücken drin sind. Normalerweise würde ich... Alles voll machen wir da. Aber ich lasse es mal. Wir müssen jetzt nicht übertreiben, ne? Wir müssen jetzt ja nicht übertreiben. So. Obwohl hier schon. Weil da würde theoretisch ein Zombie reinpassen. Und überall, wo ein Zombie reinpassen könnte, würde auch ein Zombie drin spawnen vielleicht. Weiß man nicht. So. Und zack. Und Conduit-Fassade. Zack. Oh, das war zu viel. Zack. Auf jeden Fall kann man hier dann nochmal alles, äh, zumachen. Ich weiß eigentlich, wo ich das gar nicht machen jetzt. Aber ich hab's ja trotzdem gemacht, Mann. So, da ist das, äh, Gerät. Jetzt brauchen wir auf jeden Fall noch... Warte mal, ist der voll? Ich glaube, er ist jetzt gleich voll. 4.000 Millibucket. 4.000 Mill... Also, vier Eimer sind da drin. Jetzt wird quasi die Leitung noch voll gedrückt. Oh. Oh. Und jetzt können wir ausmachen. Jetzt ist da Erde drin. Cool. Da ist Lava drin. Also haben wir jetzt im Grunde die Schmieden soweit fertig. Zumindest, äh, voll schon mal. Und jetzt könnte man eigentlich nochmal hergehen und die ganzen Sachen, wie zum Beispiel, äh, ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Ich muss einmal durchgehen, ähm. Aber dieses Hängeregal vom Bibliocraft, wo die ganzen Werkzeuge drin sind, wäre eigentlich ganz cool. Oh. Crimson Kult-Banner. Ich weiß, hat nichts mit dem Kult hier zu... Oh, Mist. Hat hier nichts mit dem Kult zu tun, aber, äh, ich mag es, wenn es ein bisschen dekoriert ist. Dann war ich jetzt sechsmal oder so, warte. Voll dumm. Ah, ja, so schön. Ich bin Fan vom Crimson Kult. Obwohl, das gehört eher in die Thaumcraft-Abteilung. So, wo haben wir denn vom Bibliocraft dieses wunderschöne Werkzeugregal? Ich weiß, wie gesagt, nicht, wie es heißt. Aber ich werde es gleich sehen und dann an die Wand klatschen. Zudem könnte man hier unten Bibli... Ne, warte, kann man oben Bibliocraft eingeben? Biblio. Ja, Bookcase ist schon mal gut. Aber da könnte man dann die Schmiedebücher reintun. Die Schmiedebücher können nach hier hin. Könnte man gucken. Also da kann man jetzt im Grunde alles nochmal aufbauen. Dann kann man nach Book suchen. Aber die heißen gar nicht, ne? Das heißt Materials and You zum Beispiel. Haben wir nur vier Stück von. Cool. Dann haben wir nochmal Materials and You Vol. 2. Dann haben wir Tinkers Construct. Tinkers Weaponary. Dann haben wir noch Book. Ne, haben wir nicht. Da ist Sieb-Book. Oh, nix schlecht. Aber warte mal. Oak Bookcase. Wie heißt das? Ah, genau. Hier kann man noch Bloodwood... Ne, nochmal ein generelles Case machen. Was ist das denn geiles? Auto-Encaser. Ein Öffner. Ein Zahnputzbecher. Oh, das müssen wir alles noch machen. Ich glaube, hier kommt eh Deko-Craft mehr rein. Und nicht diese anderen Sachen. Es gibt auf jeden Fall noch so ein Hängeregal. Wo man halt so Werkzeuge reinstecken kann. Die wollte ich jetzt eigentlich haben. Aber ist ja egal. Jetzt holen wir erstmal die anderen Sachen von Tinkers Construct. Tinkers. Ihr wisst aber... Könnt ihr euch vorstellen, so. Tin. Ach, guck mal. Smeltery. Drei Bücher davon. Dann packen wir mal eben diese hier. Und das rein. Uiuiuiui. Huiuiui. Und... Ach genau. Den Tisch brauchen wir einmal. Also im Grunde brauchen wir die... Ich sag voll oft im Grunde kann das sein. Äh... Die zum Bauen der ganzen Wappen... Äh... Waffen. Diese... Also man sitzt ja quasi jetzt hier vor. Kommentiert ein bisschen. Und... Ich hab so viele Items. Ich weiß gar nicht mehr, was los ist. Die Sachen kommen auch an den Müll. Die man nicht mehr braucht von Tinkers Construct. Denn davon brauch ich... Oh, warum hab ich davon nur drei? Das ist so ärgerlich. Oh, den Kran haben wir auch. Sehr geil. Bestimmt schon dreimal vorbeigekommen. Nur ich seh's einfach nicht. Aber egal. Ich werd's raussuchen. Werd's dann da hinstellen. Und dann werdet ihr sehen, was ich mein. Sieht auf jeden Fall bestimmt mega geil aus, wenn das alles ist. Also im Grunde die Tinkers Constructsack. Schon wieder gesagt, ey. Ich brauch's dann im Grunde... Sparschwein. Wenn ich das da immer sag, dann kommt da mal ein Euro rein oder so. Und dann spende ich das irgendwo hin. Oder so. Komm schon. Nur eins. Da, da waren sie. Ja. Toolstation. Na klar, heißt das so. Mann. Tool. Okay, lass es. Kommen wir jetzt schon mal in die drei? Das andere Ding heißt Part Builder. Part Builder. Da ist er doch. Jetzt kommt er langsam. Konstrukt. Und das andere Teil, wo dann die Sachen drin liegen, heißt Pattern Chess. Na klar. Oh, jetzt haben wir alles. Wundervoll. So. Gucken wir mal eben ins Bücherregal rein. Da können jetzt nämlich die ganzen Bücher rein. Aber wir machen die natürlich einzeln da rein. Damit es halt cooler aussieht. Unten kommen dann diese beiden Hauptbücher rein. So. Dann sieht das schon mal so aus. Ist wirklich die Position, wo die Bücher drin sind. Das ist sehr, sehr geil. Dann kann man hier die Toolstation machen. Die braucht man in dem Sinne zwar nicht. Das könnte man sogar in Holz einfassen. Mann, wäre das geil. Toolforge kommt daneben. Part Builder hier hin. Patternstation dahin. Dann hat man das quasi so daneben. Dann könnte man hier noch den normalen Crafting Table dran machen. Und hier könnte man noch die Werkzeuge dran machen. Und da könnten dann solche Holzverteflungen noch rein. Boah, das wird so geil aussehen. Aber gut. Ich würde mal sagen, wenn es euch gefallen hat, dass wir ein bisschen Inneninrichtung gemacht haben. Und ein bisschen Technik. Gebt einen Daumen nach oben. Und haut rein. Bis zum nächsten Part. Tschüss.